Ein wunderschönes Willkommen zurück zu Clash of Clans, wir haben heute also wir haben echt nicht mehr viel zu tun, noch mit einem Sammler, so wieder 3 Stück, jetzt haben wir noch ein Exisammler übrig und halt das Rathaus, das werden wir dann heute Abend angehen. Vermute ich mal und hier werde ich jetzt einmal Exisammler machen, damit wir auch schön Exisammler bekommen. So. Wollen wir mal. Im letzten Part haben wir halt Dinge gemacht. Also den Übungsangriff wie man angreift mit riesen Kobolden, Mauerbrechern. Allerdings die Kombination nehme ich jetzt nicht mit. Sieht nicht gut aus. Und jetzt. Vielen Dank. Weiß könnte vielleicht klappen. Ja die Geräusche die ihr gehört habt das war mein PC warum auch immer der solche Geräusche auf einmal macht. Ja. 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 So und das bestellt uns Bronx 1. Also schon länger als man gewohnt ist. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal, den nächsten Pakt gibt's dann heute Abend. Werde ich dann wahrscheinlich heute Abend aufnehmen. Bis dann und tschau.